Ab ins Welschland! Hallo, ich bin Florian Wiersch, ich komme von Bönnigen, das ist ihr Nähe von Interlaken. Ich spiele Schweizer Örgeli und habe mit Handorgeln angefangen. Am Samstag sind wir hierher gekommen, und dann ist man hier zuerst um den Tisch gehockt, hat gemeinsam angeschaut, wie man überhaupt vorgehen will. Dann hat man Ideen sammelt, und aus diesen Ideen, die man gesammelt hat, hat man dann in Gruppen gearbeitet, Sachen auszuprobieren, und dann ist das so entstanden, und auf das Mal war es ein Stückchen da gewesen. Die Zusammenarbeit war super, und es gab auch immer wieder Überraschungen, und man konnte viel dazu lernen. Das Resultat ist super rausgekommen, und es ist eine super Sache hier, und es ist schön, dass es so etwas gibt. Und ja, also da kann ich nur jedem empfehlen, hierher zu kommen. Eins, zwei, drei, vier! Komm, wir rennen ins Gelschland, dort als alle Kinder kommen. Manieren ins Gelschland. Wir kommen die Zukunft wieder nach auberen, wir kommen noch aus mit uns, dann sind wir uns. Wir kommen in den Geschmack, also da müssen wir nicht mehr überladen. Wir kommen noch mal kurz in den Geschmack, Wir kommen die brennende Ticket. Ich bin ja noch mal kurz.